Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade beim Bahnhof. Wir können uns hier hinsetzen. Hey, endlich ist der Zug leer. Wir fahren heute nach Salzwede, Leute. Ich guck das nicht hin. Der Brille? Ich hab noch irgendwo das Antibelschlagtuch von mir zu liegen. Ich muss gucken erst mal wo. Ich hab das schon lange nicht mehr benutzt. Die Maske rutscht runter. Du musst die Brille schon gucken, dass die wirklich richtig sitzt. Wie die normalerweise sonst sitzt. Macht sie ja. Die sitzt ja so wie die immer sitzt. Wenn man das erste Mal eine Brille trägt und dazu eine Maske tragen muss. Meine erste Brille ist es ja nicht, aber das erste Mal mit Maske. Ja, dann so rum halt. Also heute fahren wir nach Salzwede. Ich denke wir müssen das alles von der Zeit shoppen. Oh, mein Ellenbogen. Ich hab grad meinen Ellenbogen gestoßen. Heute fahren wir nach Salzwede. Und ich hoffe wir schaffen das zum russischen Laden heute zu gehen. Habe ich zumindest vor. Ein bisschen was kaufen. Und man sieht mich schlecht. Habe ich nicht so drauf geachtet. Nichts voll warm. Meine Brille beschlickt aber auch ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir sind jetzt schon auf dem Weg. Der Zug fährt schon. Und der ist schön leer. Danke schön fürs Geschenk. Sie ist live. Was hast du bekommen? T-Gif. So, ich hab extra diesen Zug hier ausgewählt. Weil es fahren jetzt zwei verschiedene Züge. Nach Salzwede. Der eine über Uelzen. Und der eine, dieser hier, fährt direkt nach Salzwede über die ganzen Dörfer. Und so weiter. Und hier ist dann meistens immer fast kaum was los. Das hat hier gerade geregnet. Ganz kurz ein bisschen. So leicht. So genießend. Kann man sagen. Und ich hoffe, dass in Salzwede es nicht regnet. Und lautwetterbericht soll es dann nur 17 Grad sein. Und ich hoffe das stimmt nicht. Weil wir sind beide nur mit T-Shirt. Weil bei uns ist es extrem warm. Ich hab noch Rücken zu Hosen dazu. Stimmt. Und in so einer kurze Hose. Das wird dann ganz genau wie kalt, wenn es wirklich kalt ist. Also noch sind sie in Ständer. Aber das ist doch Schatz 3 oder nicht? Oder? Ja, das ist gleich die Warburger Brücke, wo wir hier gleich vorbeifahren. Warte, ich zeig euch kurz die Warburger Brücke. Hier ist sie. Und das müsste glaube ich Warburg sein. Ja, vom Glaube. Ist ja nicht so, wir sind an der Warburger Brücke gerade vorbeigefahren. Denn es ist ja logisch, dass da Warburg ist. Nächste Station Steinfeld. Ich hab mal wieder viel zu spät angefangen zu filmen. Nächste Station Steinfeld. Aufstieg rechts. Vielen Dank für Ihre Reise in USWB-Regio. Auf Wiedersehen. In Salzwede sind wir jetzt gerade angekommen. Und so 19 Uhr noch was müssen wir dann schon eigentlich zurückfahren. Auf jeden Fall ist es hier viel kalt als wie bei uns. Und mit T-Shirt ist es schon etwas kühl. Aber naja, wir gehen jetzt erstmal zur Innenstadt und dann gucken wir weiter. Ob wir überhaupt zum russischen Laden gehen, das weiß ich noch nicht. Weil es ist einfach kalt hier. Nicht so wie bei uns. Bei uns ist es extrem warm. Aber hier, ne. Es geht einfach gar nicht so kalt wie es hier ist. Nein, wir haben auch den Wetterbericht nicht geguckt. Wie das hier ist, das Wetter. Weil wir haben auch eigentlich spontan entschieden zu fahren. Wir wollten eigentlich nur die Tickets kaufen, wenn wir die schon haben. Und dann hab ich gesagt, ja lass einfach fahren. Also mit T-Shirt geht es. Aber mit einer kurzen Hose, das ist dann schon ein bisschen zu kalt. Denn Schnürsenkel ist schon wieder offen. Das liegt hier. Gucken wir mal nach. Zusammen mit euch. Eine Schüssel. Oh, von Swiffer. Guck mal. Toilettendeckel. Brauchst du irgendwas? Nein. So. Wie sieht das hier aus? Vielleicht müsste, glaube ich, irgendwas anderes kommen oder so. Wenn ich mich nicht irre. Ich war hier ja schon mal vor einigen Jahren. Und das letzte Mal, wo ich allgemein in Salzville war, das war das letzte Video, was ich gemacht hatte. Da waren wir beim russischen Laden und haben was gekauft. Aber das ist schon, ich glaube, zwei Monate her. Also im Juni war das. Das ist noch mehr Sperme. Braucht ihr was? Gucken wir mal. Das ist noch ein kleiner Fluss. Da liegt Müll. Zwei kleine Klaschen. Das ist eine Telefonzelle. Ich denke mal, da sind Bücher. Weil da ist eine Frau drin. Ja, da sind Bücher drin. Wir sind jetzt gerade schon in der Innenstadt. Und wir gehen zu Fehmarn. Müssen wir nach rechts hier abbiegen. Weil jemand ganz bestimmt ist. Genau diese Person hier, die nicht zur Kamera gerade guckt. Ja genau du. Sie will unbedingt zu Fehmarn gehen, um die Brille einmal reinigen zu lassen. Hier ist der Eingang zum Burggarten. Und hier so ein kleines Wasser spielen. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Ich hoffe, dass wir es schaffen, pünktlich dann beim Bau noch wieder zu sein. So 19 Uhr noch. Was müssen wir da sein? Weil der Zug, der sonst so 20 Uhr fahren würde. Der fährt nämlich nicht. Der fällt aus. Hier ist eine Kirche. Denke ich. Müsste eine Kirche sein. Und ich glaube, wir müssen jetzt nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. So. Da ist etwas, das zeige ich euch gleich. Und ist deine Brille sauber? Ja. Siehst du alles wieder besser? Ja. Was soll das sein? Ah, da steht was, da steht was dran. Aber da gehe ich jetzt nicht hin zum Gucken. So, ich muss gucken, wie wir jetzt lang gehen müssen. Auf Google Maps. Und hier noch geradeaus. Wir sind jetzt bei diesem Tor. Das habe ich euch letztes Mal auch gezeigt. Aber halt von der Seite. Nicht von dieser, sondern von der anderen. Und da sind wir dann eher einmal kurz nach links gegangen. Da habe ich euch was gezeigt. Und danach nach rechts. Also dieses Mal kann ich euch auch nicht so wirklich viel von der Stadt zeigen. Weil wir müssen uns beeilen. Wir nehmen Zug heute. Äh. Ja. Ich hoffe wir schaffen das. Von der Zeit her und so weiter und so fort. Aber wir sind auch recht viel gefahren. Wir sind 16 Uhr gefahren. Straße der Romanik. Von weitem habe ich gelesen Straße der Romantik. Obwohl ich eine neue Brille habe. So, wir sind schon bald da. Wir müssen jetzt über die Ampel warten hier gerade. Und dann. Da sieht man jetzt auch schon kick und so. Wir sind schon da. Kann man sagen. Äh. Wir gehen jetzt nochmal schnell zur Sparkasse. Und dann gehen wir zum russischen Laden. Und danach. Zum Bahnhof. Also wir haben diesen Kuchen hier genommen. Und noch ein paar andere Sachen. Die werden gerade in die Küche gepackt. Der Kuchen passt leider nicht rein. Ich hoffe. Dass der nicht so doll auftaut. Bis wir das Haus ankommen. Guck mal wie der aussieht mit Gelee. Ein Stückchen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Habe ich glaube ich so eine noch nie gegessen. Das mit Vanille? Mhm. Und wir sind schon auf dem Weg. Zum Bahnhof. Wir haben noch so eine Kühltasche gekauft. Für den Kuchen. Damit er schön kalt bleibt. Wir haben noch eine ganze Stunde Zeit. Bis der Zug fährt. Und. Ja. Ich weiß nicht was ich sagen soll. Ich hoffe das Video ist nicht zu kurz geworden. Ich hoffe. Das Video war auch interessant für euch. Und ich denke mal. Ich hoffe. Dass wir noch. Die Tage. Also diesen Monat. Noch mal her kommen. Und dass ich euch dann. Die Stadt bisschen. Zeigen kann. Dass ich dann die Stadt bisschen. Filme. Also die ersten paar Minuten. Wo wir aus dem Zug ausgestiegen sind. Und hier in Salzmittel angekommen sind. Äh. Da war es ja eine Richtigkeit und so. Aber mittlerweile empfinde ich. Dass es mir jetzt nur warm ist. Und sie ist auf jeden Fall warm. Sind wir hier? Das ist ja interessant aus. So sieht das hier gerade aus. Wo wir lang gehen. Vielleicht da vorne irgendwie eine Schule oder so. Könnte auf jeden Fall eine Schule sein. Oder sonst irgendwas. Oder irgendein. Keine Ahnung. Was das ist. Ich weiß es nicht Leute. Wir brauchen nicht mehr lange. Aber wir sind ja schon fast da. Das Gebäude ist das. Das ist bestimmt schon der Bahnhof. Das Gebäude da. Ja. Wir sind schon da. Kann man sagen. Ich hoffe das wackelt nicht so doll. Weil. Ich hab das Gefühl es wackelt ein bisschen doll die Kamera. Ich bin mir gerade unsicher. Ob ich euch den Bahnhof hier innen drin schon gezeigt habe heute oder nicht. Aber so sieht es hier auf jeden Fall aus. Guckst du die Speisekarte an. Und der Zug mit dem wir fahren. Der kommt aus Uelzen. Also höchstwahrscheinlich wird er dann voll sein. Ich hoffe dass wir dann auch Sitzplätze abbekommen. Weil mit dem wir hierher gefahren sind. Der war leer. Das war auch ein anderer. Der fährt durch die ganzen Dörfer. Und der jetzt mit dem wir fahren. Der fährt halt von Uelzen nach Magdeburg. Wenn ich mich nicht irre. Ja nach Magdeburg. Solange wir warten kann ich auch zeigen was. Wie soll das Namen haben. Ich hab auch das hier genommen. Ciccopei. Dann. Und mit einer Hand ist nicht so leicht gerade. Sohareki. Das ist äh. Ich weiß schon jeder nicht wie das auf deutsch heißt. Wie versteht das? Das muss bestimmt irgendwo da draufstehen. Irgendwo muss bestimmt auch auf deutsch was stehen. Schwarzbrot Croutons mit Bacon Geschmack. Und hier geht es weiter in der Kühtasche. Einmal Wurst. Dann halt diese Riegeln. Alle möglichen Sorten. Alle Sorten eigentlich die es gab. Das ist mit. Das ist mit. Steht das. Steht auf deutsch sogar. Mit einer Füllung. Mit gezuckertem Kondensmilch. Oh ist Geschonke. Lecker. Lecker. So. Warte ich will kurz zeigen. Äh. Vanille Geschmack. Das müsste. Kokos. Dann. Einmal mit Gelee Stückchen. Das ist das was ich gegessen hatte. Das ist mit Schokoladen Geschmack und Stückchen. Das war es ja. Ja. Gibt es schon. Ja. Müsste. Kriegst du es nicht zu? Doch doch. Also. Ich habe diese kleine Kühtasche besteht gehabt. Für unterwegs. Damit man sich was zu essen zum Beispiel mitnehmen kann. Und so weiter und so fort. Und da wir den Kuchen gekauft haben. Mussten wir noch eine größere kaufen. Ähm. Damit der halt reinpasst. Weil die andere wäre ja nicht reingepasst. Und äh. Ja. Ah hier ist ja auch noch was. Ah stimmt. Amayo haben wir auch noch genommen. Der russische Amayo. Weil. Der deutsche Mal schmeckt einfach nicht. Und sonst habe ich immer Remoulade gekauft. Aber die gibt es momentan nirgendswo zu kaufen. Und. Oh. Das ist ja gut. Die Nummer eins in Russland. Normaler. Und der Kuchen halt. Den habe ich euch eigentlich ja schon gezeigt. So. Der Boden ist aus Holz. Vorstuhl. Gibt es hier. Wir müssen zugleich zwei. Ja. Also nichts besonderes gibt es hier. Gleis. Das ist gleich. Gleis eins. Wenn wir so noch weiter gehen. Warte. Gibt es hier noch zwei. Gleis eins. Gleis eins. Wie. Wie. Hä. Aber da steht nur eins. Ich gehe mal kurz gucken. Wir haben so noch etwas Zeit. Somit kann ich euch auch noch mal besser den Bahnhof zeigen. So. Das stimmt. Da fehlt die Beschriftung. Das ist aber echt blöd, dass da die Beschriftung fehlt. Weil wenn zum Beispiel jemand hier umsteigen muss und wenig Zeit hat. Dann gehen wir hoch. Hier bei Komen schauen sie auf diese Kühltische. Und. Auch die Sonne kommt raus oder? Ah ne. Das ist nur das Licht. Hier. Da war das Licht. Nur weil ich dachte die Sonne kommt raus. Endlich im Zug. So. Wir sitzen jetzt im Zug. Schön komplette Schrohen. Ja. Es wird total kalt. Und äh. Ja. Also beim Bahnhof es geht jetzt wie. Außerhalb des Bahnhofs. Wir werden einfach beobachtet. Das ist ein Auge. So. Und wir fahren. Was guckst du so? Abonnieren. Und Like dausstellen.